So, dann kommen wir zum Thema DNS-Server. Ich habe jetzt hier einen Client vorbereitet mit der Endung 10, dann Web-Server 11 und DNS-Server mit der Endung 12. So, dann müssen wir erst mal Software installieren. Also wir haben jetzt hier einmal den Web-Browser. Dann starten wir hier einen Web-Server. Den starten wir auch gleich. So, und jetzt schauen wir, ob das Ganze schon funktioniert. Also, wir haben hier die 11 am Schluss. Also, das heißt 192, 168, 0 und die 11. Und die Webseite ist erreichbar. So, jetzt ist es ja nicht üblich, dass man die IP-Adresse von der Webseite oder von dem Web-Server eingibt, sondern man gibt hier entsprechend eine URL ein, also wie zum Beispiel web.de oder hier wollen wir eine filius.de jetzt einrichten. Dafür brauchen wir einen Domain-Name-System-Server. Und das kann man sich so vorstellen wie beim Telefonbuch, wo praktisch Telefonnummern einem Namen entsprechen. Und hier beim DNS-Server ist es ähnlich. Da entspricht praktisch eine IP-Adresse einer URL, die hier hinterlegt werden muss. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also, ich starte erst mal die Installation und wir brauchen hier einen DNS-Server. Da gehen wir erst mal drauf, starten den. So, und jetzt möchte ich meine filius-Webseite auch unter www.filius erreichen können. Dazu brauche ich die IP-Adresse von dem Web-Server. Das ist die 11. Und die Internetadresse soll lauten www.filius.de. Dann fügen wir die URL hinzu. Es ist übrigens auch richtig, dass da so ein kleiner Punkt entsteht. Das ist halt in dem Programm so. Und jetzt probieren wir mal, ob diese Webseite unter filius.de erreichbar ist. Wahrscheinlich noch nicht, weil wir dann noch den DNS-Server beim Client eintragen müssen. Also www.filius.de. Das funktioniert noch nicht. Hier müssen wir nochmal in den anderen Modus rein. Und hier die IP-Adresse von dem DNS-Server eingeben, damit dieser Client weiß, wo finde ich denn die IP-Adressen oder die URL-Entsprechung zur IP-Adresse. Es ist praktisch wie das Telefonbuch, das dem Rechner vorgegeben wird. Hier bei diesem Rechner kannst du nachschauen, wie die URL den IP-Adressen zugeordnet ist. So, und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Also ich starte hier den Rechner, den Action-Modus und gebe die Internetadresse ein. Sage ich Start. Man sieht auch schon, wie es hier leuchtet. Zuerst fragt er den DNS-Server, was ist denn hier unter filius.de für eine IP-Adresse. Und der DNS-Server teilt das dem Client mit. Und sagt ihm, schau hier auf diese IP bei diesem Web-Server nach. Und dann kann man entsprechend die Webseite aufrufen. Okay. Okay. 1. 15. 15.